So, neben dem Thema Gelenke, was ich jetzt gleich noch ansprechen werde, halte ich das Video auch relativ kurz heute. Ich wollte euch nochmal ganz kurz zeigen, wie das jetzt aussieht mit dem Omega-3, Omega-6. Also ich brauche mir da wirklich gar keine Sorgen machen. Ihr solltet euch wirklich, das habe ich euch gesagt, weil da jetzt schon wieder Diskussionen kamen und so weiter, warum ist Leinöl nicht so gut und so weiter. Aber schaut euch von mir aus das Video an von Lea zum Beispiel mit dem DAA und so weiter, mit den einzelnen Komponenten, die da nur im Fischöl enthalten sind und solche Sachen. Da möchte ich jetzt auch nicht nochmal ein extra Video zu machen, weil ihr braucht euch wirklich keine Sorgen machen, wenn ihr darauf achtet, dass ihr keine frittierte Scheiße zu euch nehmt. Also alles, was in Sonnenblumenöl zum Beispiel gebacken, frittiert, zugesetzt oder sonst was ist, genauso wie die gehärteten pflanzlichen Fette, was meistens dann Margarine zum Beispiel ist, was auch einfach nur Sonnenblumenöl ist, halt nur gehärtet. Im Endeffekt Palmöl in Nutella und so weiter, sag ich jetzt mal, in den ganzen Süßprodukten, in den Keksen und so weiter, was da alles drin ist. Schaut einfach mal hinten auf die Verpackung und ihr werdet das relativ schnell feststellen. Es geht hier nicht um solche Sachen wie Olivenöl, Kokosöl und so weiter. Die haben positive Eigenschaften, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, aber eben solche Sachen wie Sonnenblumenöl, dann auch das gehärtete Öl, Margarine, Palmöl und solche Sachen. Die ganzen fettarmen Produkte tauscht ihr einfach aus gegen vollfette Produkte, Vollmilch trinken, den vollfettigen Joghurt essen und nicht den fettarmen Joghurt essen. Genau das gleiche gilt bei Käse. Achtet ein bisschen drauf, wenn ihr Butter kauft, dass ihr die, zum Beispiel die aus Irland, die grasgefütterten Sachen kauft. Gibt es natürlich auch in Deutschland genau das gleiche wie bei der Milch. Ganz einfach ist es so natürlich wie möglich, so unverarbeitet wie möglich, so bio wie möglich, dass man wirklich auch die Hühnereier nimmt, die aus Freiland, Bio-Haltung sind oder was auch immer. Auch wenn sie ein bisschen mehr kosten, meine Güte und dann passt das eigentlich alles auch. Jetzt fange ich gerade übrigens an mit meiner Vorbereitungsphase. Ich plane gerade meine Ladephase quasi für den Strongman One jetzt am Samstag. Da habe ich mir jetzt was ganz Spezielles überlegt, wie ich das Ganze handeln werde. Ich werde das ausprobieren, dass ich gleichzeitig quasi mit vollem Kohlenhydrat-Speicher an den Start gehe und voll ketogen bin. Das hat sehr gut funktioniert. Ich habe mich heute Morgen echt gewundert, dass ich voll in der Ketose war. Aber es hat geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und das werde ich jetzt umsetzen. Ich werde da auch mal am Samstag vor dem Lauf meine Ketonwerte noch mal messen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Da bereite ich mich jetzt gerade drauf vor. Und ansonsten macht euch um den Rest, Omega-3, Omega-6 und so weiter keine Sorgen. Ist alles in Ordnung. Ich habe ein Verhältnis von unter 4 zu 1. Wenn ich ein bisschen mehr Nüsse habe, bin ich ein bisschen drüber. Aber das ist dann auch wieder überhaupt nicht so schlimm. Und wie auch schon gesagt, zwar ist hier zum Beispiel in Nüsse sind jetzt viele Fette drin. Klar, aber das sind ja nicht alles die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Omega-3, Omega-6. Sondern eben auch viele gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren, die da ja gar nicht mit reinspielen. Und vor den gesättigten Fettsäuren braucht ihr sowieso keine Angst haben. Könnt ihr euch mit voll essen quasi. Und ansonsten auch solche Sachen wie Rindfleisch und so weiter, die haben alle ein gutes Verhältnis. Und macht euch deshalb da keine großartigen Sorgen. Lasst es einfach ruhen. Esst von mir aus 1, 2 mal die Woche richtig schön ordentlich fettigen Fisch. Und dann seid ihr eigentlich da mit versorgt. Braucht keine Tabletten, keine Pillen. Bei Vegetarier, Veganer sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Da muss man gucken, ob man es braucht oder nicht. Und mit Schwangere und hier und da. Also ist alles sehr kompliziert, würde ich sagen. Da solltet ihr euch aber dann keine Gedanken drum machen. Und ja, so sieht es aus. Heute übrigens verdammt viel Muskelkater. Wenn ihr das Training von gestern gesehen habt draußen, was wir gemacht haben mit dem Reifen, mit den Ringen und so weiter. Ich habe heute richtig Muskelkater, also viel laufen werde ich heute nicht. Und ich habe wieder so eine Art Sehnenreizung. War so im Anfangsstadium. Ich weiß jetzt ganz genau, woher das kommt. Ich bin letzte Woche, Donnerstag, bin ich erst 20 Kilometer gelaufen. War alles okay. Dann bin ich nochmal 10 Kilometer gelaufen. War schon schwierig. Aber dann am Freitag, anstatt einen Tag Pause zu machen, bin ich mit Barfußschuhen, also wirklich mit den 80 Gramm, 100 Gramm Dingern, bin ich Intervalle gelaufen. Und das war zu viel. Also dann mit den Barfußschuhen, dann nochmal 10 Kilometer Intervalle zu laufen oder 7 Mal 1 Kilometer haben wir gemacht. Das war zu viel. Da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt weiß ich, woran es liegt. Wann ich die Reizung bekomme im Schienbein. Jetzt ist Feierabend. Heierabend. Heißt also, nehmt euch wirklich zwischendurch einen Tag Pause. Ich habe es dann auch wieder ein bisschen übertrieben. Habe jetzt Samstag, Sonntag Pause gemacht. Heute fange ich wieder an. Und für das Trommelrun bin ich dann voll fit. Hoffentlich voll richtig gut geladen. So wie sich das dann gehört. Und das werde ich euch dann aber bei Zeiten nochmal sagen. So viel auf jeden Fall zu heute und bis denne. So, jetzt können wir uns mal ganz kurz angucken, wie das heute so aussah. Außer oder so generell mit Omega 3, Omega 6 bei mir. Ich habe einfach mal so eingetragen, was so Sache ist. So Sachen wie Gemüse und so, da braucht man sich, also das braucht man gar nicht eintragen. Da sind die Werte wirklich so gering, dass die eigentlich kaum Ausschlag geben. Und hier oben sieht man das Verhältnis dann. Das ist das Endverhältnis. 1,2, also Omega 3, äh Omega 6 zu Omega 3. 1,2 das Verhältnis. Und der Quotient daraus. Und wenn ich jetzt hier auch so 11 Portionen Gemüse esse oder so, tut sich da jetzt nicht wirklich so viel. Und wenn ich das auch weglasse, ist halt auch nicht so schlimm. Ähm, so. Ich habe jetzt beim Gemüse, habe ich jetzt einfach mal verschiedene Gemüsearten hier zusammengesucht. Das sind verhaltene Gemüsefahne. So, Leinsamen, Leinöl, das fällt natürlich dann schon ein bisschen mehr ins Gewicht, wie man hier sieht. Das ist die höchste Zahl. Aber selbst wenn ich das jetzt hier rausnehme, Leinöl, den Löffel, ähm, bin ich auch noch nicht so hoch drüber. Also bin ich auch bei 1,8, alles in Ordnung. Und ansonsten gehen wir hier mal hoch. Grünkohl, okay. Petersilie, okay. Makrela hatte ich ja dabei. Lachs hatte ich dabei. Das ist ganz gut, äh, verhältnismäßig. Gouda esse ich ja jeden Tag. Ich habe jetzt einfach mal eingetragen, was ich so jeden Tag esse. Gouda esse ich jeden Tag. Oder Emmentaler hatte ich jetzt auch mal da. Ähm, Früchte und so sowieso verschiedene Milchprodukte. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Was ich dann hier oben zum Beispiel drin hatte, war mal Schweinespeck, was ich hier drin habe. Äh, 200 Gramm Schweinespeck. Das ist aber alles jetzt auch noch im Rahmen hier, wenn ich mich ausgewogen ernähre. Ähm, wenn ich da jetzt selbst, selbst wenn ich jetzt 400 Gramm oder selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung was, 600 Gramm davon nehme, ist das Verhältnis noch unter dem, was empfohlen wird. Ähm, auch Schweineleber hatte ich. Da sieht man jetzt aber, dass die Werte auch sehr niedrig sind, weil der Fettgehalt natürlich sehr niedrig ist. Dann, da brauche ich mir auch keine Sorgen machen. Wenn ich ein Kilo Schweineleber essen möchte, ist das kein Ding. Das ist bei mir drin. Ein bisschen schwieriger wird es dann zum Beispiel bei Nüssen, wenn ich davon zu viel, jetzt habe ich hier 50 Gramm, ähm, Pistazien zum Beispiel gegessen. Wenn ich davon jetzt, ähm, zum Beispiel ein Kilo essen würde, sieht das Verhältnis dann schon wieder ein bisschen anders aus. Aber selbst bei einem Kilo bin ich bei einem relativ niedrigen Verhältnis hier. Jetzt kann man sich aber vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir einfach mal hier unten das ganze Gesunde raus. So, den Fisch und so. Die, so, Makrede und so weiter, nehmen wir mal raus, den Fisch. Dann sieht man schon, dass das Verhältnis ein bisschen schlechter wird. Und wenn ich jetzt noch, nehmen wir mal nur 0,4, also nur 40 Milliliter Sonnenblumenöl durch Kekse, durch, äh, frittiertes Zeug und so weiter. Dann sehen wir ganz schnell, wohin, wohin der Hase läuft, sag ich mal, wie sich das Verhältnis dann noch verschlechtert, selbst wenn ich so kleine Sachen habe. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt auch, ich weiß, es ist jetzt Maismehl, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch Mehlprodukte mit reinnehme, 100 Gramm Mehl oder so weiter, dann, ähm, ja, da ist natürlich auch nicht viel Fett drin. Aber das Verhältnis ist dann schon schlechter, sag ich mal so. Und, ja, deshalb, wie gesagt, achtet ein bisschen drauf, dass ihr ausgewogen esst und dann habt ihr damit auch keine Probleme. Wenn ich natürlich jeden Tag nur Kekse und irgendwelche raffinierten Sachen esse, dann muss ich mich auch nicht wundern. So viel dazu. So, heute soll es nochmal um das Thema gehen mit der Arthrose im Knie oder Arthrose irgendwo, irgendwelche Gelenkbeschwerden oder was auch immer. Es kam wieder die Frage nach dem MSN-Pulver. Ja, das habe ich mir jetzt geholt, habe ich aber jetzt in der ersten Zeit nicht genutzt, weil ich mal ein bisschen rumgeschaut habe und eigentlich nur gelesen habe, dass MSN halt dann quasi ein Ersatz ist für, ähm, ja, für Schmerzmittel quasi. Also, dass es einfach nur die Schmerzen halt unterdrückt. Und, ähm, es bringt im Endeffekt ja nicht wirklich etwas an der Ursache des Problems zu machen. Ich habe jetzt einen Monat lang, also das ist ja schon ein Monat her oder so, müsste mal gucken, wann das letzte Video war. Über einen Monat müsste das her sein. Ähm, habe ich jetzt vom Arzt natürlich auch einen Tipp bekommen für solche Mittel oder Kapseln, wie auch immer, Medikamente halt, die man nehmen kann. Das waren so Multi-Präparate mit Glucosamin, MSM und, äh, ganz vielen verschiedenen Vitaminen dabei. Ähm, ist wahrscheinlich so ein Produkt, was öfters mal auch empfohlen, verschrieben wird. Allerdings hat das viel Geld gekostet, irgendwie 60 Euro oder so im Monat. Und das war mir dann doch ein bisschen zu viel, vor allen Dingen, weil die, ja, mindestens 90% der Inhaltsstoffe eigentlich totaler Blödsinn sind, weil ich die selber durch meine Ernährung zu mir nehme. Sprich zum Beispiel, ähm, die ganzen Vitamine und so weiter, die da drin waren, die ganzen Mineralstoffe und so, die nehme ich sowieso zu mir durch die Ernährung. Deshalb war es für mich dämlich irrelevant, einfach dieses Produkt zu kaufen. Dann habe ich geguckt, was gibt es denn einzeln? Es gibt Glucosamin einzeln, es gibt MSM einzeln. Äh, das, ähm, warte mal, ist das, das ist pur hier, glaube ich. Genau, MSM pur, Pulver, ist eigentlich total billig, bekommt ihr eigentlich überall, äh, kostet fast nichts. Glucosamin ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Und, ähm, was habe ich hier noch drin? Äh, genau, das war es dann eigentlich. So, da habe ich geguckt, was gibt es denn für Produkte, wo das vielleicht in einer Tablette oder sowas drin ist, dass man auch Glucosamin mit drin hat, weil diese Kombination, die war auch in diesem teuren Produkt drin und das wollte ich dann ausprobieren. Dann habe ich viele Sachen gefunden, die aber auch arschteuer waren und die teilweise sehr geringe Dosierungen enthielten. Da war dann Tagesdosis von, was war da dran, Glucosamin irgendwie maximal so 1000 Milligramm. MSM war dann auch irgendwie bei 300, 400 Milligramm oder sowas. Habe da ein bisschen rumgesucht, bis ich dann irgendwann, ähm, hier so 120 Tabletten, Gelenk, mixaktiv heißen die. Da habe ich mir jetzt so eine Fünferpackung von gekauft, weil die im Fünferpack noch günstiger waren. Die haben jetzt nur gekostet. Und, lass mich lügen, irgendwie 15 Euro oder was pro 120 Tabletten. Vier Stück muss man davon nehmen, also reicht ein Monat. Das war dann schon, ähm, auch eine Packung, wo die Sachen etwas höher dosiert waren als in den anderen teureren Produkten. Komplett ohne den ganzen Vierlefanz wie die ganzen Vitamine, was man ja dann nicht dazu braucht. Glucosamin ist hier bei 2,4 Gramm, also 2400 Milligramm. MSM liegt bei 540, äh, jetzt lass mich mal kurz gucken, äh, Chondroit, nee, was war. Chondroitrin-Sulfat, 520 Milligramm, Kollagen, 400 Milligramm und Ginga-Wurzelextrakt, keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, 20 Milligramm. Das habe ich jetzt einen Monat lang genommen, habe jetzt bis jetzt auch noch keine wirklichen Schmerzen mehr im Knie gehabt, außer gestern beim Krafttraining, da habe ich es wieder mal gespürt, aber die 20 Kilometer plus die 10 Kilometer extra, die gingen. Jetzt ist die Frage, woran liegt das, was habe ich alles gemacht? Ich habe vom Arzt auch gleichzeitig Einlagen bekommen, die ich auch regelmäßig getragen habe. Ich habe beim Laufen, habe ich auf meinen Laufstil extrem geachtet, dass ich wirklich Mittelfuß laufe und nicht die ganze Zeit auf der Hacke dann aufkomme. Ich habe diese Tabletten einen Monat lang genommen, ich habe, ähm, Vitamin D sowieso zusätzlich dabei gehabt und, ja, das Calcium aus dem Käse sowieso, das supplementiere ich jetzt nicht, das ist genug und habe darauf ein bisschen geachtet. Ähm, bis jetzt geht es, also einen Monat lang habe ich jetzt bis jetzt auch keine Schmerzen mehr gehabt oder sonst was und, ähm, ich weiß natürlich am Ende nicht, woran es gelegen hat. Hat es jetzt daran gelegen an den Tabletten? Hat es daran gelegen, dass ich, ähm, anders gelaufen bin? Hat es daran gelegen, dass ich die Einlagen hatte oder was auch immer? Ich weiß es natürlich nicht, woran es gelegen hat. Es ist aber so, dass MSM halt nur diese schmerzunterdrückende Wirkung hat. Ob jetzt diese anderen Sachen, ähm, noch irgendeine positive Auswirkung haben, das weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, da ist auch viel, ähm, ja, Pseudowissenschaft dahinter, weil die Firmen natürlich auch entsprechende Produkte verkaufen möchten. Von daher seid da immer vorsichtig. Versucht in erster Linie auch euren Laufstil zu ändern. Wenn ihr Probleme habt, auf der Hacke lauft und dadurch solche Gelenkbeschwerden habt, versucht immer an der Technik zu arbeiten als allererstes. Als zweites, ähm, dann natürlich auch sowas wie Einlagen. Das gehört eigentlich zusammen zur Technik. Und, ähm, als drittes kann man natürlich versuchen, dann entsprechend auch, ähm, gegenzuwirken. Besser als, er wollte mir auch eine Spritze erst noch geben, ähm, aber ich probiere jetzt erstmal das aus, habe ich gesagt, was bis jetzt eigentlich ganz gut gefunktioniert hat. Und wenn ich diese fünf Packungen leer habe und bis dahin immer noch nichts passiert ist oder mit meinem Knie halt ist, werde ich das erstmal sein lassen mit den Tabletten und werde gucken, ob danach, ähm, der Schmerz quasi wiederkommt, ob sich irgendwas verändert. Und dann weiß ich ganz genau, ähm, hat es jetzt wirklich an den Tabletten gelegen oder hat es an meinem Laufstil gelegen oder woran auch immer. Ähm, liegt natürlich auch immer daran, wie weit sowas fortgeschritten ist. Deshalb muss ich auch nochmal ins MRT, ob das Ganze jetzt wirklich, ähm, schon schlimm ist oder erst im Anfangsstadium oder wie auch immer. Ähm, ich denke mal, ich hoffe mal, dass es noch nicht so schlimm ist, weil die Schmerzen auch wirklich nur, ähm, ja, im Moment gar nicht mehr vorhanden sind. Und, ähm, es waren auch nicht wirklich mega Schmerzen, sag ich mal. Also es waren nicht wirklich das, was man so liest im Internet. Von daher, ähm, ich packe euch einfach trotzdem mal einen Link unten rein zu den Dingern, dass ihr euch die selber einfach mal angucken könnt. Vielleicht habt ihr ja noch andere Sachen, die eben so günstig sind, aber dann mehr Inhaltsstoffe enthalten oder wie auch immer. Ähm, ich sage ganz ehrlich, dass ich mich persönlich mit den ganzen anderen Inhaltsstoffen jetzt nicht beschäftigt habe. Inwieweit das Auswirkungen hat, wie zum Beispiel das Kollagen oder das, ähm, Sulfata drin und solche Sachen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine großartige Zeit zu, mir da tausend Studien nochmal so anzugucken, ob das dann irgendeine Auswirkung hat. Arthrose ist Arthrose, kann man nicht rückgängig machen, man kann höchstens versuchen, das Ganze hinaus zu zögern, man kann den Stil ändern, wie gesagt. Und ansonsten, ähm, versuchen so früh wie möglich schon zu schauen, wie sieht es aus unter meinen Schuhen, wie laufe ich, eine Laufbahnanalyse machen. Kann ich euch nur ans Herz legen, sowas zu machen und, äh, gar nicht dann erst später damit Probleme zu bekommen. Bei mir ist auch noch das Problem, dass ich generell sehr verkürzt bin. Das heißt, ich muss auch gleichzeitig an meiner Mobilität sehr viel arbeiten und, äh, das werde ich auch tun. Das heißt, es ist ein Gesamtkonzeptpaket, was ich quasi mache, um dem dann entgegenzuwirken. Gleichzeitig Gewicht reduzieren, dass, äh, weniger Gewicht auf meinen Gelenken quasi, ähm, lastet, auch beim Laufen, bei den längeren Läufen. Und deshalb werde ich jetzt das Oberkörpertraining, das Muskelaufbautraining quasi erstmal wieder reduzieren bis in den Dezember rein. Ab Dezember mache ich dann wieder den Aufbau, die Aufbauphase und jetzt für den Sommer wird halt alles aufs Laufen abgestimmt. So ist es nun mal. Ähm, ja, soviel auf jeden Fall dazu und das war's. Ähm, ja, soviel auf jeden Fall. Ähm, ja, soviel auf jeden Fall. Ähm, ja, soviel auf jeden Fall. Das war's für heute.